Musik Worauf freuen sich denn vielleicht am meisten heute? Immer auf die lachenden Gesichter der Kinder. Für die machen wir das eigentlich. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn man sich das anguckt, die Bilder sieht, das steckt die Erwachsenen genauso an. Und bei dem Wetter, was will man mehr?